Mein Gott! Ja, fass das doch nicht an! Er hält was fest! Was hast du erwartet? Ich geh mal mit dem Finger da drüber. Okay, man erkennt irgendwie Umrisse von... Keine Ahnung. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Okay, ich könnte ihn jetzt... Er hält was fest? Ja, das hat man ja schon. Das lassen wir ihm auch. Denk ich mal... Was? Wir müssen hier raus, jetzt! So. Nein, halt doch mal fest! Oh Gott, Alex! Wir würden ein Hai sowas machen? Hm! Oh Gott, wie süß! Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir! Julia, willst du mich heiraten? Erstaunt! Misstrauisch! Du verhasst mich, oder? Was? Ist dir irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Äh... Kommt raus, Leute! Aufgeflogen! Julia! Er ist doch unsicher! Angsthaft! Komm! Alex, wow! Das gibt ja eine Story! Mit Happy End? Ja! Ja, klar! Will ich dich heiraten! Habe ich nicht mit gerechnet, aber fand ich irgendwie jetzt stimmungsvoll! Okay, starker Held! Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Und auch wenn es so scheint, ich frage mich gerade... Ja, ich frage mich gerade, haben die Funkgeräte in den Helmen drin? Wollen wir doch wirklich reden? Wo kommt das andere Boot her? Wo kommt das andere Boot her? Na, na... Warum ist da die Hälfte von dem Flugzeug abgebrochen? Da hat er doch was runtergeschossen! Wer ist die Dekompression? Was? Scheiße! Der Grimm! Ich habe doch gewusst! Die Dekompression! Da kommt... Verdammt! Stimmt ja! Die Dekompression! Wir haben da so eine Vision gesehen, wie die sich am Herz fasst, irgendwie! Aber da oben geht echt die Post ab! Oh mein Gott, das dauert ja ewig! Das ist ja Folter! Noch ein paar Sekunden! Okay, jetzt! Los, los! Niemand, ja! Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann! Alles wieder am Lot! Na, Junge! Scheiße, hast du bestimmt angerichtet, ne? Wir hatten einen, äh, Unfall! Mit dem Grill! Sah aus, als wär das Boot explodiert! Äh... Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht! Den Jukes! Ist doch egal! Mich interessiert, was ihr gefunden habt! Tja! Das Flugzeug! Es ist riesig! Voll mit coolem Zeug! Oh mein Gott! Leute! Könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht! Komm rauf und wir feiern! Ja, was habt ihr gesehen, ne? Und so schnell! Auf einmal sind alle sympathisch, außer der, der da den... Ich will jetzt nicht Pirat sagen, aber... So achtlos hat Geld ins Wasser geworfen hat. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wolle mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark. Direkt. Und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Schaden. Zumindest bisher. Ich versichere ihnen. Sie halfen ihnen, Entscheidungen zu treffen, die sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Kloppskopf... Kloppskopf? Dieser Kloppskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weiter getrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich such ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Na, das klingt doch gut. Ich habe aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Ich liebe dich, Alex. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Äh, nein. Ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Ich weiß schon. Irgendwas Magisches. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier. Wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Mir fällt gerade auf, wie ich hier so zugucke. Wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Genau, hol ihn. So, was ich sagen wollte, ist, wo ich hier gerade so zugucke. Man vergisst echt so ein bisschen beim Zugucken und beim Reagieren. Ehrlich. So ein bisschen das Gequatsche hier, ne? Das ist eigentlich mit der Wunde... Ja, die scheint verbunden zu sein. Kamera, komm, das könnte was Interessantes drauf sein. Das steht da drauf. 1080p. Hey, äh, wasserdicht bis 30 Meter. Oh, guck mal schön. Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, bro. Ja, nicht schlecht. Die Rettungsboote, ne? Das wäre echt... Also, das ist für mich ein ansprechendes Foto, ne? Das ist was für Instagram. Das ist für mich ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Keine Angst. Ich komm mit und pass auf. Hey, das... Das... Das machst du wohl auch nicht schlicht. Na los, holen wir ihn. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau, hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute. Hört mal her. Manchurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Käpt'n? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt. Ihr habt zu viel. Hm. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay. Vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Nun wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich habe was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Was damit? Dein Siebansgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay. Los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun. Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder. Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebenlegen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schlurzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut. Dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Ich gut. Okay, also, wer war es? Also die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Ha, ha. Ach, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Ach, das ist großartig. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Ja. War es. Es war billig. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen. Das Wetter wird schlechter. Nein, nein. Nein, nein, nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heier geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen ein Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, man. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Wobei, ich wollte jetzt mal kurz, äh, ich muss hier einfach gucken, dass ich nicht dazwischen labere. Hi. Das Unwetter ist da. Ja. 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 Oh, ich. Wendung. Kuckuck, da bin ich wieder, ne? Aber was will er? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist, äh... Aha, wir haben sie entknebelt. Ähm, ähm, komm hier. Wir, 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 wir entknebeln weiter. Damit sich auch alle ordnungsgemäß am Gespräch beteiligen können. Ja, sie nicht unbedingt. Julia, alles okay? Ich glaube schon. Ihr habt Knebel rausgenommen. Hey! Verdammt! Aufhören! Ah! Bläh! Nein! Ich bin fast frei. Ich bin fast frei. Ja. Vielen Dank.